Wieso jammerst du eigentlich schon wieder? Alter, bin ich ein Pflegerfall in diesem Spiel. Naja... Ja man, du wärst neu angefangen, was verlangst du? Jaja, da fall ich nicht mehr drauf rein. Da fall ich nicht mehr drauf rein, Klaus. Oh Menno! Oh Menno! Oh, wir sind am Emberkommen, das ist gut. So, komm her. Ich geh schon mal vor, ja? Nicht, dass einer da Fuß fasst. Alles untersuchen. Er hockt dich hin oder legt dich hin. Aber bleib da nicht so stehen. Ja. Nimm die Waffe mal in die Hand gleich. Habe ich. Rechte Maustaste gedrückt halten. Ja. Und Steuerung drücken. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja schön. Und wenn du dann gedrückt hältst, dann kannst du auch die Entfernung verändern, ne? Mit Bild hoch oder Bild runter. Sonst bringt dir die Slonskope ja nicht, wenn das auf 50 Meter stehen ist. Ah. Mal angucken hier. Tut sich bei mir gar nichts, wenn ich das drücke. Was drückst du denn gerade? Bild hoch. Ist jetzt auf 200, jetzt auf 50. Ja, du musst die rechte Maustaste gedrückt halten, ne? Oh, Olli! Alter, danke für 50 Bits und würde entschrecken. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie das bei dir ist. Aber bei mir ist das Bild hoch, Bild runter. Bei mir auch. Das ist eigentlich Standardbelegung. Du musst auch durch, du musst anvisieren. Du musst schon durch Scope gucken dann. Ja, ja. Hab ich. Okay. Zoom nicht. Ne, ne. Zoom du da nicht. Du nullst die bloß, weißt du? Ach so. Die Entfernung. Mhm. So, komm lass uns. Alles Tutti? Matze willkommen. Ja. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört, das möchte aber nichts heißen. Lass uns mal etwas hier weiter links halten, weil von da rechts könnten doch welche kommen. Von da. Ja. Nö. Wir haben tatsächlich nicht auf die Body-Arme geschossen. Ja, das ist vorne am Sägewerk. Oh, die schießen auf uns. Ach, auf euch? Mhm. Ja, ja. Wie geht's dir? Rätschle, Rätschle. Ja, ich auch. Haben sie euch getroffen, ja? Mhm. Renn weiter hinter den Felsen. Genau. Ja. Drück den Probital rein. Probital habe ich gar nicht. Doch, hast du. Habe ich den in die Weste gepackt. Dann halte ich erstmal hoch. Aber leg dich hin. Ohrien. scrapare ich mit sie. Guck golfer! Danke, bleib spendel. Zwei Tüten sind ja bei mir. Ja, jetzt. Wo? Ich bin im Container, ich bin im Lager drin. Hier ist noch einer. Wo sind die Dudes? Bist du oben im Container oder wo bist du? Nee, ich bin in so einem Weißen, wo die Leichen drin liegen. Weißt du, was ich meine, Klaus? Ja, oben im Container ist einer. Warte, ich schmeiß mal eine Granate, ja? Ja. Hast du denn einen von denen gekillt von den beiden Typen? Ja, ja, ja. Hier kommt Garant. Ich bin auf dem Gelände, ja. Okay. Ich höre was auf Holzstapfen. Irgendwo links. Weiß nicht. Ich muss klippen. Nee, der ist immer nach oben. Exo, bleib erstmal, geh mal draußen irgendwo in Deckung. Such dir irgendwas, wo du dich verstecken kannst. Ja. Gebüsch oder irgendwas hinlegen, reingriechen. Deine Nate, Klaus. Ja, meine Nate. Der ist da immer noch oben drin. Okay, das ist gut. Kann ich in Ruhe klippen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das die zwei vom See waren. Das kann ich dir auch nicht sagen. Kann sein, aber ich würde das nicht bespüren. Nervenkitzel. Ich laufe. Ich will nicht schießen auf mich, ne? Nee, ich schieße nicht. Ich bin jetzt unter dir. Ich krabbel da drunter, ja? Okay. Ja, ich sehe ihn. Wo ist er? Immer nach oben im Container. Granate kommt. Schießt er? Der müsste tot sein. Nee. Ey, der rennt, der rennt. Ich weiß nicht, ob er rausgerannt ist. Nee, der ist nach oben. Bei dem Container, in dem langen Container ist der jetzt so. Soll ich kommen? Nee, bleib erst mal noch da. Du musst überleben. Er ist rausgesprungen drüben. Er ist vorne, an dem Zelt. An dem langen Zelt. Ist der außen? Ja, ich bin das. Ich bin außen. Ey, helft ihr mir mal. Also Klaus. Ja, ich komm. Der rennt hier an der Wand. Ich, 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 ich renne rum. Er ist eigentlich am Zelt hinten gewesen. Ich höre zwei Steps. Klaus, wo bist du? Mich wird geschossen. Nein. Geh in den Deck und renn weg, Exo. Renn weg. Ich bin jetzt wieder auf dem Gelände. Einer war da, wo du eben warst, Klaus, außen. Hast du ihn gekillt? Nee. Der dich? Nee. Ich sehe ihn noch. Matze, bist du noch im Container? Ja, hat mich zusammengeschossen, der Hund. Ich sehe dich. Du läufst da, ne? Am Container bist du, ne? Ja. In dem blauen. Wer schießt denn hier auf mich? Hast du ihn? Ja, ich habe ihn. Aber hier war noch irgendwo einer, ne? Am Zelt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ich muss mich flicken, Alter. Leck mich am Arsch, Alter. Ich renne mal zum Zelt hier. Ich bin hier in so einer Mauer drüben. Wo seid ihr? Klaus, ich glaube, ich habe noch einen mit einer Waffe klappern gehört, oder? Wo? Na hinten am Haupteingang, wo die Container sind. Ja, ich bin da wieder. Jetzt musst du mich mal hier decken, Jungs. Ich bin total zerschossen. Komma. Ja, da kommt, du kommst rein jetzt, oder was? Ich komme rein. Haupteingang? Ich komme rein unter dem roten Container. Okay, okay. Ah, okay, das warst du. Alles klar. Das ist Exo, ja? Ja, pass auf. Da in die Richtung ist Matze. In die Richtung, in die Richtung. Wo ich hinzeige. Nicht schießen. Fragen vorher. Nicht, dass du mir einen Rest gibst. Ich bin... Du musst was zu trinken haben, ne? Ja, meine Gesundheit sinkt. Das ist auch immer ganz schwarz, der Bildschirm. Ja, komm mal her zu mir. Essen und trinken musst du. Ich habe nichts mit Scheiße. Ich habe was. Ja, ist das? Da läuft... Das bin ich, bin ich, bin ich, bin ich, Matze. Achso. Hier, hier, hier bin ich. Du bist gerade mehr vorbei. Hier, hier, hier. Da ist was zu essen drin. Hinter dir, in der Holzkiste. Achso. Hm. Was hast du gesagt, Klaus, von Level 11, habe ich irgendwas gehört? Level 11 ist der, der hier liegt. Ah, okay. Gut verkauft. Ja, ja. Ich gehe mal einmal eben oben in den Container gucken, wo dein Tod liegt. Wir müssen ja was zu trinken finden. Da muss eigentlich auch was zu trinken sein. Es steht eigentlich immer was zu essen und zu trinken. Ich habe dir zwar jetzt das Duschongai gegeben, was du eigentlich für eine Quest brauchst, aber tot blitzt du uns gar nichts. Ich habe auch noch Milch gefunden, also. Okay, kannst du ihn geben? Ich brauche auch bald was zu trinken. Mal eben hinten in den Zelten, ob da noch was liegt. Das waren bestimmt die zwei, die auf euch unterm See geschossen haben. Aber der eine muss aber irgendwie eine Sniper gehabt haben. Weiß ich nicht. Ich habe sie mir noch nicht angeguckt. Also mein Wasserstand sinkt immer noch. Ja, ja, klar. Na gut, wenn du den Stim hast, dann verbrauchst du halt schneller. Und ja, verbrauchen du es dir gerne halt immer. Hier, komm her, komm her. Du hast doch auch Tabletten da, ne? Ja, Anergien habe ich. Soll ich das nehmen? Ja, dann schreist du nicht so rum. Dann schreist du nicht so rum. Ein Schreihals, oh. Hier liegt nichts zu trinken. Jetzt steigt es. Okay. Jetzt fängt es wieder an zu sinken. Ja, das ist so. Was ist dieses CMS? Das macht deine schwarzen Knochen wieder heil. Damit kannst du halt... Nee, den Bauch auch, außer Stomach und Kopf. Komm mal her, komm mal her. Äh, außer Thorax meine ich. Thorax und Kopf. Brauche ich auch. Exo, warte, ich habe was für dich. Kommst du gelaufen, Exo? Ja. Ich bin hier an der Ecke. Hier, hier. Willst du? Hier. Hinter dir, jetzt hinter dir. Hinter dir. Hier. Ah ja. Komm her. Hier bei der Leiche. Bei der Leiche ist im Rucksack ein Grizzly drin. Das kannst du nehmen. Damit kannst du... Benutze das mal. Heile alles, was... Wieso jammerst du eigentlich schon wieder? Alter, bin ich ein Pflegefall in diesem Spiel. Naja. Ja, man, du wärst neu angefangen. Was verlangst du? Achso, meine andere Leiche. So, nimm das Grizzly, benutze das. Das heilt alles erstmal weg, was du hast. Brüche, irgendwas. Blutung. Irgendwie scheinst du noch irgendwas zu haben, weil du jammerst. Ja, der hat einen schwarzen Bauch. Achso. Was, ein Bauch oder ein Stomach? Schwarzen Bauch. Ja, den Bauch kannst du doch heilen. Ach, das wusste ich gar nicht, dass es da auch so ein Bildschirm gibt. Ja, genau. Du hast... Heile mal deinen Kopf und deinen Thorax. Deinen Thorax musst du erstmal heilen. Nimm das Grizzly. Zieh das Grizzly drauf. Halt das Grizzly fest. Zieh es drauf, genau so. Achso, jetzt weiß ich, wie das läuft. Aha. Ja, du kannst auch Use klicken. Oder so. Auf den Grizzly. Aber dann weiß ich nicht die Priorität. So, und das CMS sehe ich nicht, was dir Klaus gegeben hat. Klaus, er hat kein CMS. Er hat schon verbraucht. Schon verbraucht, ja. Das ist was. Was war das, Leute? Knolle, grüß dich. Exo braucht Heilung. Applaus für schlaffe 15-Bits. Ich danke dir. Moment, ich gucke wieder bei Exo. Mein Rechenbus kann ich nicht heilen. Nee, warte mal. Dafür brauchst du CMS. Warte so. Das Dumme ist, du hattest noch irgendwas, du hattest noch irgendwo noch eine Wunde und dann bringt das CMS nichts. Das CMS flickt, macht das Schwarze wieder heil und hat aber bloß ein HP dann drauf. Bis du, hast du noch eine Blutung oder sonst irgendwas, zieht dir das ruckzuck das eine HP wieder ab und dann ist der Arm wieder schwarz. Du musst dich erst so komplett heilen, dass du keine Brüche, keine Blutung mehr hast und dann kannst du das CMS verwenden. Nee, das geht nicht. Warte, ich bring dir noch ein CMS mit. Warte, warte, warte. Also bei mir ist jetzt der rechte Arm und das rechte Bein ist auf Null. Ja, ich mache, ich stehe auch voll in Stress, aber nur aufs Maulikrieg heute. Jetzt endlich mal, wenigstens mal ein paar Spieler wieder lang gemacht. Aber es ist nicht so einfach, wenn man nach Lehrer spielen muss. Aber ich mache es gern, ich mache es gern. Dann kann mir einer wieder unter meine Videos schreiben, dass ich ja keine Ahnung habe, weil ich keinem helfen kann, weil ich meinen Voice-Over-IP nicht nutze. Kann ich den Leuten nicht erklären, wie Tarkov gespielt wird. Hä? Ja, so Flachzangen. Was hat das, was hat denn da mit zu tun? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe das Spiel nicht verstanden, weil ich kein Voice-Over-IP nutze. Das ist doch jedem selber überlassen. Ja. Das war ja auch bloß, das war ja auch meine persönliche Meinung, dass ich es nicht nutze. Und das kann doch jeder halten, wie er lustig ist. Also ich nutze das sehr fleißig, wenn ich alleine spiele. Aha. Ich beschimpfe die erst, bevor die mich töten. Glaubst du, du läufst draußen rum, hä? Ja, ja. Prost übrigens, Männer. Wir müssten auch mal so langsam los. Ja. Hast du ihm schon die MP133 gegeben? Ja, die liegt da bei der Leiche, wo er eben war. Ach so, da müssen wir nochmal hin. Da musst du die AK wegschmeißen. Die MP ist wichtiger. So, jetzt muss ich erstmal dieses CMS auf das rechte Bein machen, ja. Ach so, und dann mach das hier drin, Alter. Nicht da draußen. Alter, wenn einer vorne zum Tor reinkommt, bist du Geschichte. Ach ja, stimmt. Ach so, Olli. Olli sagt, Exo, du sollst mal deinen Chat lesen. Ich versuche ihm da zu helfen. Ja. Ja, ich lese das dann. Ach, ich lese es, Olli. Ich seh es. Aha, das ist gut. Danke, Olli. So, Jäger war hier hinten irgendwo. Ja, hier reicht's, ja. So, hier ist es. So, hier, ähm... Hier muss irgendwas liegen jetzt hier. Hier, hier, hier. Subtask complete. Nee, du musst noch was aufheben. Das ist nur eine Unteraufgabe. Hier, hier muss das liegen. Ist das weißt du da? Ja, ja. Kannst du's nehmen? Ja, hab ich. So, jetzt müssen wir raus. Ist das Auto noch da? Nee, das Auto ist natürlich schon weg. Dann müssen wir auskürz raus. Dann laufen wir um den Sniperfelsen oben lang, würde ich sagen. Gibt's auch Leute, die campen die Exo-Punkte ab? Gibt's auch. Ja, Alter. Ist aber selten. Also hab ich wirklich, muss ich sagen. Also so oft habe ich das. Ich auch nicht. Also was andere immer so schreiben, dass sie jeden zweiten Raider abgekämmt werden. Das kann ich nicht so. Machen wir auch Knalle. Da, hier so. Das ist jetzt hier der Bunker. ZB014 nennt er sich. Wenn der grün qualmt, kannst du hier raus. Wenn du den Schlüssel hast. Hier ist schon einer raus. Du hast auch eine Taschenlampe, wo ich die nur gesagt habe, ne? Wie mach ich die an? Mit T. So, hier hinten an die Wand. Exo. Und dann raus. Kann ich gar nicht anmachen, die Scheiße hier. Was? Oder ist da gar keiner dran? Glauben wir es? Hab ich die Taschenlampe vergessen an der Waffe? Ja, ich glaube, er hat keine. Oh, tu mir leid. Ich bin mir nicht sicher. Ist da so aus? Endlich mal raus, endlich mal. responses imagiles. Passt nicht zu Ende. Oh, lieber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.